Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zombies. Diese Map heißt Der Sona. Was auch immer das bedeutet. Kein Kleingeld, creme de la creme. So, so. Okay. Schau mal, gibt es hier nur ein Fenster. Nein, es gibt noch mehr als ein Fenster. Geld ab. Warum hockst du hier? Zwischen den Quaparts. Okay. Mach doch mal das Fenster hier zu. Okay. Interessant. Schauen wir uns in irgendeiner unterirdischen Einrichtung. Und wir werden gerade von Zombies überrannt. Okay. Schieber? Zwölffünfzig. Da waren wir eins. Okay. Ich nehm... Oh Gott, nehm ich creme? Nein, wir gehen weiter. Das ist alles Morgs hier. Come on. Give me a weapon. A real weapon. Fünfzehn? Are you kidding me? Come on. Box. Come on, come on, come on, come on. Give me was. Gorgonzola. Okay, I take it. Okay. Holy cow. This thing is slow. Okay. Okay, okay, okay. Next roll on the box. F-f-f-f-f-fah. Okay. Okay, was haben wir hier? Zwölfffünfzig hier. Was ist das? Abuto. Opens a door for 2K. Haben wir hier? Nichts. Alright. Also, wir haben ein Part. Das war gut aufgebaut. Dass man das schön findet. Gefällt mir. Nicht dieses mit irgendwo im Dustern verbummelt. Haben ne Waffe. Wahrscheinlich sind die 2.000 für da. Ja. Sowas in der Art. Okay. Okay. Wir brauchen... Okay, ein 44. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Wir brauchen mehr Punkte. Okay. What the... Reload for days? For days and days and days. Okay. Hm. Don't lose your head. One bullet. More. Das wird nicht einfach. Ich sehe das schon kommen. Was wir brauchen... Das sind viele, 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 viele Punkte. Oh. Power. Light. 1500. Kno. Keine... Wie konnte ich denn... Das war doch gerade noch nicht auf. Bin ich blind oder wat? Don't you dare touch me. 20 Kügelchen. Okay. What the... Das... Okay. Hm. Hm. So fangen wir als erstes an. Carp hinter. Weißt du was? Ich mach mal ne Granate hier hin. Und was könnt ihr denn mal spielen? Ich glaub... Das macht Sinn. Du bist mir zu schnell. In der Hoffnung, dass der Crawler da hinten nicht gleich den Hintern hochdreht. Okay. Gehen wir hier die 1500er Tür weiter. Wir müssen noch Parts finden. Was ist das? Jo. A mate. 1500. Was haben wir hier? Raum. Einen größeren Raum. Wollen wir die? Nein, brauchen wir nicht. Hm. Gibt's ganz schön schnell. Winzdecken. Okay, also die 2000er ist bestimmt für da. Dann haben wir hier noch ne 1500. Wir brauchen Jack. Äh. Nicht, dass wir's irgendwo übersehen haben. Nein. Jack und Speed. Speed mit dem Gorgon auf jeden Fall. Ernsthaft. Gerade dann, wenn ich neifen will, dann ist... Mh. Ich drüber nachdenken. Mystery Box. Okay. Let's try this again. Brauchen Perks. Nothing to see here. Hoffentlich können wir hier ein paar Kreise drehen, ohne niedergemetzelt zu werden. Das ist das Problem bei... Beim Carpenter. Die kommen an allen Ecken und Enden gleichzeitig aus der Bude raus. Und dann ist man ziemlich in der Bedrängnis, alle so schnell wie es immer irgend geht auszuknipsen. Du, 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 du. Was haben wir denn da? Ach, insta-kill. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen... ...wird Crawler. Okay. Okay. Haben wir Crawler. Wir haben einen. Wir haben zwei. Wir haben noch ein paar andere Experten hier. Warum bist du so schnell? Ist da nervig. Okay. Okay. Was haben wir hier? Ah, dafür haben wir nicht genug Kohle. Gut. Gut, 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 gut. 12,50 hier. Oh. Man muss die Map auch nicht, wer weiß, wie auseinanderziehen. Haha. Found you. Gut. Gut. Also. Oh. Packer Punch ist hier. Was kostet das? Ah. Shield Piece. Haben wir schon mal alle Shield Parts zusammen? Come in. Come in. Come in. Come in and come out. Find out. Okay. Okay. Also. Wir wollen. Das Shield bauen. Okay. 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 1000 Punkte. Brauchen wir bestimmt. Und die Gorgon geht mir auf den Zeiger. Wir brauchen was besseres. Einen Dreher in der Box. Nur eine. Ein guter. Dredge. Besser. Ja. Ist zwar ne Burst. Aber. Hat wesentlich schnellere Feuerrate. Das gefällt mir schon mal. So. Let's get some points. Nice. Reload. Genauso lahmarschig wie der andere. Ehrlich. I love it. Ver 내려oad faster. First gun. Carpenter, das lassen wir mal, das war letztens schon eine relativ haarige Geschichte, so können wir Jack holen und im nächsten Durchgang hoffe ich mal, dass wir wenigstens bis auf Speed kommen. Speed Cola, Run, das Ding ist so riesig, da braucht man ja noch schon bald Stamina, vielleicht ist die 2000 auch für hier oben. Nehmen wir mal den kleinen Hobel, so, let's go, let's go, ein paar Dog Rounds vielleicht noch, als kleinen Anreiz. Nothing, okay. Okay, vielleicht wär mal ne Max Ammo cool. Ah, gerade von geredet. Reload faster! Ich weiß, du bist hinter mir, das gefällt mir nicht. Mehr Punkte. Okay, das reicht noch nicht für Speed. Aber nächste Runde. Nächste Runde ganz bestimmt. Okay. Schau mal, vielleicht gibt's ja ein Ending, wenn nicht. Ah, Runde 20 vielleicht. Ich muss mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Ganz schön. Ähm. What the heck? Stop, 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 stop. So. What that is. Okay. Let's see. Bisschen Punkte. Gucken wir mal, ob wir damit. Jo. Haben wir. Fünf Riesen, die wir nicht haben. Rar. Gut, das wär's dann von der Map. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Stop. War hier noch was? Wait. Wait, 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 wait. Bevor ich hier irgendwelche falschen Behauptungen aufstelle. Nein! Da ist noch eine Tür. Es geht noch weiter. 12.50. Gut, 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 gut. Falsch. Hier gibt's noch einiges zu sehen. Wollen wir nochmal 12.50 zusammen kratzen und mal schauen, ob wir eventuell im Zweifelsfall, naja, schauen wir mal, dass wir da nochmal gucken, was es da so tolles gibt. Oh yeah. Speed Cola. Full effect. Du 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 du. FFAR. Engaged. Nice. Come on. Yes. Come out there. Grenade out. Okay. Max Abel? Anyone? Okay, also nicht. Blinky 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 blinky. Insta kill. Komm schon. Stop it. Stop, 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 stop. Wow. Okay. Weiter wäre ich eh nicht gekommen. Also, wenn es dir gefallen hat, Like-Button drücken, abonnieren, Kommentare hinterlassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.